Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Yoga. Heute gibt es was auf dem Bauch, denn ich habe wieder verschiedene Yoga Übungen aneinandergereiht, damit die Bauchmuskulatur schön trainiert wird und ich würde sagen, wir legen sofort los und rauf auf die Matte. So, wir beginnen heute im Sitzen, ganz klassisch sozusagen. Die Beine stellst du ungefähr hüftbreit außen an da. Versuch wirklich ganz locker zu sitzen und jetzt einen geraden Rücken zu machen. Zieh den Bauchnabel leicht ein, nimm die Arme nach vorne, lass die Daumen zur Decke zeigen. Jetzt rundest du langsam den Rücken, lass den Bauchnabel leicht eingezogen und roll Wirbel für Wirbel ab. Ganz langsam, schön abrollen, Arme über den Kopf nehmen, lass den Bauchnabel eingezogen, streck das rechte Bein, zieh die Fußspitze an und abstellen. ganz lang machen, Bauch ist eingezogen, schön einatmen, mit der Ausatmung langsam wieder hochrollen. Arme nach oben, ausatmen, überrollen. Hier kannst du ruhig eine kleine Pause machen, und dann wieder einatmen. Nimm die Arme ruhig ganz nach oben, um den Rücken schön zu strecken. Die Arme dann nach vorne, schön abrollen, Bauchnabel leicht einziehen, schön abrollen. Arme über den Kopf, rechts Bein strecken, abstellen, linkes Bein strecken, abstellen, lang machen, Bauchnabel einziehen, schön langsam wieder aufrollen, mach dich wieder lang und schön entspannen. Gut, wenn du wirklich Anfänger bist und noch gar nicht so doll abrollen magst, kannst du auch gerne eine Hand benutzen, um es leicht zu stützen. Ich zeig dir einfach mal, wie du diese Übung vereinfachen kannst. Die Abfolge geht genauso, gerade sitzen, Arme nach vorne. Du rollst langsam ab, lässt den Bauchnabel eingezogen. Und wenn du merkst, so jetzt kann ich nicht mehr, kannst du gerne eine Hand auch abstützen oder auch beide, ich zeig es jetzt mal mit einer Hand, dann stützt du dich einfach ab, unterstützt du mit deinen Rücken, Bauch eingezogen und dann kannst du die Arme wieder mitmachen. Gut, mach dich jetzt wieder lang. Du kannst gerne den Ellenbogen hier auflegen, es ist leichter, atme wieder ein, genau so hochkommen, nur dass du dich jetzt hier mit dem Ellenbogen abdrückst, nach oben und überrollen. Das waren die zwei Versionen dieser Übung. Einmal ohne abstützen ist natürlich etwas schwieriger und einmal mit abstützen. Das war Yoga für den Bauch. Wirklich sehr, sehr effektiv und man kann die Übung auch in einzelnen Teilen aufbauen, falls euch das für den Anfang einfach zu anstrengend ist. Ja, ich würde sagen, mir hat es total Spaß gemacht und ich bin jetzt auch wieder ein bisschen fitter wie vorher. Und wenn du noch weitere Yogaübungen haben möchtest, hier oben klick dich gleich weiter. Hier oben geht es zum Kochen und hier unten geht es zu weiteren Tipps und Tricks. Ich wünsche dir eine schöne Woche, vielleicht mit Yoga für den Bauch und bis bald. Tschüss!